Herzlich Willkommen, wir lieben Leute, in unserer Schule begrüßen wir euch heute. Herzlich Willkommen, wir lieben Leute, in unserer Schule begrüßen wir euch heute. In der Schule gibt es ein Ding außen, auf dem Schulhof, wenn wir laufen, springen, schreien, um nicht laufen, trinken, heute will wir uns sehen. Und jetzt kannst du doch wieder sehen.